Wahrscheinlich liegt's daran, dass er von seinem Chef den ganzen Tag zur Sau gemacht wurde. Hätten Sie auch eine Tüte? Ja. Noch einen Moment, ja? Ach, nicht wirklich. Sie erinnern mich daran, dass mein Kind wohl auch so schwer für sein Geld schuften muss wie Sie. Wir essen nur schnell auf und gehen. Wie viel macht das? 15.150 Won. 10.000... Brauchen Sie den Beleg? Nein, geht so. 15.150? Ja. Hier sind noch 50. Hey, auf noch zwei Flaschen. Okay. Entschuldigung, hier dürfen Sie nicht rauchen. Ich kann rauchen, wo ich will. Geht's noch hier im Laden zu rauchen? Raus mit dir. Raus, 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 raus. Hast du schon alles bezahlt? Na hör mal, was glaubst du denn? Ach, echt jetzt. So, jetzt mach die Zigarette aus. Feinlich mit dir. Engel, komm schon. Du wirst wieder was von deiner Frau zu hören bekommen, John. Komm, mach dir den Mund auf. Schau dir auf. Spektakulär für den Arsch.